Wo kommt die denn alle her? Wenn du so einen Kanister aufnimmst, kommen welche. Ja, ich würde gerne die Tür zumachen, aber da ist keine Tür mehr. Ich geh runter. Okay. Ich komm mit. Oh, da ist hier noch... Ach, hier sind noch Kanister. Ja, aber ich glaube, es ist besser mit... Oh, shit. Fuck. Oh, fuck. Schade. Und Smoker. Und alles hier wieder. Bist du oben? Wo bist du? Nein, ich bin unten. Ich hab mir ein Kanister eingefüllt. Okay, ich komm auch runter grad. Die zwei schaffen das schon. Hey. Oh, shit. Hilf mir. Du kannst wieder zuschlagen, damit du die wegschubst. Ja, aber... Jo, ein mehr. Was? Ich hab den getötet. Ich stand direkt daneben. Ey, so ein Schwachsinn. So, ein Kanister hab ich vorhin fallen lassen. Ja, genau. Der hat er... Ach so. Ups. Hat er gedrückt? Hab ich den jetzt... Wer hat denn jetzt... Ach so, du hast ja... Vor allem, wie viel Benzin braucht denn das Auto um den Streifen? Ja, so ein Schwachsinn, ne? Achtung, Tank. Wollte ich sagen. Oh, shit, 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 shit. Ist er endlich mal tot? Ja, und ich bin halt tot. Aber ich heimt selbst. Hier liegt auch noch Heilzeug rum, ne? Ja, ich hol mir dann gleich noch eins. Oh, oh. Das klingt nicht gut. Nee. Okay, nächsten Kanister. Wir müssen wieder Treppe hinauf. Ja. Ihr bist nur dann übergekommen eigentlich. Wo? Oh, shit. Alice ist fast tot. Zu den Kanistern. Ach so, hier, keine Ahnung. Oh, 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 oh. Ja, bleib dort, bleib dort. Was? Ja, bleib dort. Was ist das denn hier? Danke, Alice. Ey. What the fuck war denn das? Ich hab euch... Kann mir mal jemand helfen? Was ist denn los hier? Die haben auch noch... Nein. Ich hab ein Kanister runtergehauen. Oh. Der gelbe. Ja, der gelbe ist gut. Ach, da. Ja, zehn. Ich mach das. Äh. Oh, oh. Das hat Ding gemacht. Das kommt bestimmt was Großes. Ach, okay. Okay. Hat ich den jetzt getötet? Äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall hab ich den Spitter getötet. Hm. Ja. Was sind denn noch Kanister? Oh. Oh, das klingt nicht gut. Echt nicht. Nee. Wirfst du das Zeug wieder runter? Hä? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, scheiße. Oh, shit. Hm? Hilfe. Hilfe. Was ist denn... Oh, Gott. Was ist denn hier passiert? Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Ging leider nicht. Schmeiß eine Granate oder so. Oh, shit. Was hast denn du da? Ein Schmoker. Alter. Ich wollte das hier aufnehmen. Warte, warte. Warte. Ich kann mich selber heilen. Na gut. Dann mach. Ich schmeiß das Zeug da runter, ja? Ja. Schmeiß das runter. Und ich nehm das hier drüben. Oh, shit. Und ich nehm das hier drüben und schmeiß es runter. Ja. Dann nehm ich noch das und schmeiß es auch noch runter. Achtung, ein Tank. Achtung. Oh, fuck. Was war denn da jetzt hier? Und jetzt ein Charger von hinten. Ey, das ist so mies. Hallo, hallo. Mach den mal tot. Ich bin wieder weg. Und ich bin im Eimer. Oh. Ich auch gleich. Was prügelt denn hier schon wieder auf mich ein? Was soll das denn? Ah, hinter dir. Wolltest du dich nicht selber verarzten? Nein, dich. Nein, dich. Oh, shit. In Splitter. Ja, toll. Direkt wieder tot. Lieg halten. Oh, fuck. Oh, shit. Danke. Alter, hört doch mal auf jetzt hier. Ich komm jetzt an die Kanistern ran. Da kommt ein Hunter hoch. Nee, das ist das, was da hochkommt. Oh, oh. Das klingt böse. Kommt ihr mit? Wo bist du? Ja. Oh, ein Charger. Oh, ein Charger. Da war ein Charger. Oh, Mannik. Oh. 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 Wow. Ich glaube, wir müssen mal wieder runter. Und dann wieder rauf. Nee, wieso? Wir können da hinten durch, glaube ich, oder? Naja, um verbannen zu... Oh. Shit, jetzt bin ich unten. Scheiße. Oh, shit. Was denn? Du bist alleine unten? Ich bin alleine unten. Wie bist du runtergekommen? Ich bin hier außerhalb runtergefallen. Ach ja, ich dachte, man kann nicht fallen. Das war jetzt irgendwie nicht schwer runterzufallen. Ich konnte nicht fallen. Der hat sich da am Geländer festgehalten. Aber ich komm runter. Ich muss auch nicht, dass ich mir geschafft habe. Ich bin Fömer der Weile erst mal die... Oh, scheiße. Ähm. Ja, Fömer ist gut. Die springen ja hier schon runter. Oh, komm auf mich zu. Scheiße. Oh, was ist das denn hier? Hilfe. Ja, ja, ich komme. Ein Hunter auf Rochelle. Der ist drin. Keine Sorge, er kann jedem mal passieren. Hinter dir ist was? Ach, gut. Ich muss mir auch mal wieder Munition holen hier. Aber jetzt sind ja keine Medikids mehr. Das war's. Ja, hab schon geblieben. Was ist denn so... ...mäßig drauf hier grad? Ich will's gar nicht lösen. Oh, da. Charger. Nee, das ist Tank. Tank. Oh, fuck. Und Spitter hinter euch. Oh, ey. Ja, natürlich. Hilfe. Ach, Nick macht das schon. Der Sack. Oh, guck. Komm, wir müssen noch fünf reinfüllen. Komm schon, komm schon. Dreier liegen noch hier unten. Ja. Oh, shit. Oh, jetzt hat irgendwas wieder geschrien. Fuck, ey. Oh, oh. Oh, damn it. Achtung, ich schmeiß so eine Piepgranate. Alle weg da. Ja. Nee. Oh, ein Hunter. Oh, oh, es hat Dong gemacht. Oh, cool. Ich hab den Tank befüllt. Dürft ihr es nicht daran? Nee, Dong macht immer irgendwas anderes, glaub ich. Oh, hi. Komm, das schaffen wir. Ach was, das war's noch nicht für dich. Oh, shit. Gibt's denn hier kein Heulzeug mehr? Da gibt's gar nichts mehr. Oh, damn it. Komm, geh weg. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Ah, scheiße. Kann mir mal jemand helfen? Dankeschön. Ja, wir bestimmen. Die Hansa sind teilweise so mies. Oh, oh. Oh, was hat er so gerufen? Keine Ahnung. Laufe einfach. Ja, ich hab noch genau vier Leben. Smoker. Oh, danke. Aber dann sterbe ich bestimmt. Wir müssen rauf, ne? Keine Ahnung. Ja, aber ich weiß nicht, wo wir da hinten, wo wir lang müssen, um da hinzukommen. Ist das nicht wieder da oben, wo das schon mal war? Oder? Wo wir gerade waren, glaub ich, ist das. Wo ist ein Schocki? Ich glaub grad hoch, ne? Nee, nicht dort. Das ist eine Etage weiter unten, dort kannst du nicht runter, glaub ich. Okay, wow, wow, wow. Oh Gott. Wie kommt man denn da hin? Oh, wie's hier schreit. Hier rauf, glaub ich, und dann einmal ringsrum, oder so. Shit. Massen? Ich hab hier wieder irgendwas, so muss ich ganz wieder sein. Ja, irgendwas hat mich jetzt hier wieder. Char-Char. Ja, aber ich bin tot. Das geht gar nicht anders. Ja, danke. Aber dort ist ein Char-Char. Oh, fuck. Wenn ich mehr lange, dann bin ich wirklich tot. Hilft mir. Oh, fuck. Warte. Ich muss erst mal den retten. Oh, fuck, weg hier, weg von mir. Kann mir jemand helfen? Ich komme schon. Oh, das war jetzt echt knapp, ich hab nur noch 30 und das... Das war jetzt sehr knapp. Der nächste Stark bedeutet den Tod, ja. Dann schnell hoch, ja. Oh, fuck. Oh, shit, ein Tank. Gar nicht gut. Lauf. Alles. Achtung, vorhin kommen auch welche. Ich kann jetzt nicht, da ist ein Tank vor mir. Und das war's. Ja. Da, da, da. Oh, man, wie soll man das denn machen? Shit, ey. Ja, das hatten wir, wir hatten es ja fast. Das hat gar nicht viel gefehlt. Also, ich fand das mit den Runterschmeißen schon ganz gut. Nur der beste Rennfahrer aller Zeiten. Vielleicht siehst du mal ein Buch oder so. Jimmy gibt es Junior. Yeah. Der ist der Stolz von George. Wenn's biologisch möglich wäre, wird ich seine Kinder gebären. Alles okay bei dir? Okay, jetzt bin ich bereit. Ja. Okay. Okay. Go, go. Oh, warte, ich muss erst mal was trinken. Hey, Kids, mach mal hin! Okay. Lade nach! Was meint ihr dazu? Oh. Nicht die Tür auf. Wir müssen erst hinten den Gang hoch, wo wir kurz vor Schluss waren. Den als erstes hoch, weil da hinten gibt's auch Granaten. Wo weißt du das? Die hätte ich eingesammelt. Diese Piepgranaten gibt's da. Okay. Und Schmerzmittel. Okay. Das ist lustig, dass hier einfach Benzinkanister rumliegen. Tja. Oh. Wir schaffen es. So. Den lassen wir liegen. Hier rechts. Hier die Treppe hoch. Los. Und die hier schon mal runterschmeißen? Die hier schmeiß ich runter, ja. Und hier hinten liegen die Granaten irgendwo. Lagen zumindest vor irgendwelche. Wieso liegen die jetzt nicht hier? Oh. Okay, die kommen ja wieder durch die Wand. Was ist das? Fuck. Schleim liegt hier. Schleim. Wie Schleim. Da in der Ecke, wo die gerade die Tür aufgebrochen haben, liegt der Kotze. Wo wir die ablenken können damit. Das war nix. Du musst nach oben gucken, wenn du weghaust. Gut. Und hier weiter, weiter, weiter. Okay. Sorry. Da kommt jetzt bestimmt auch wieder. Das klingt gar nicht gut. Nee. Hier sind... Oh. Hi. Hier sind die Kanister nämlich. Hau ab. Hau ab. Einer ist unten. Zwei sind unten. Nice. Hier hinten rum. Hier kannst du aufnehmen. Schmerzznerplätten. Schmerzmittel. Wo? Da. Auf der Bank. Hier. Hier. Ah. Sehr nützlich. So. Jetzt müssen wir da runter. Und auf der anderen... Was ist das hier eigentlich? Oh, da kommt ein Charger. Irgendwo ist hier ein Charger. Treppe runter, hast du gesagt? Ja. Okay. Charger. Cool. Ich mag Charger. Charger sind voll. Cool. Meine Lieblingsspiecher. Wo ist er denn? Ach, hinter uns. Charger! Oh, du hast ihn gerettet. Sehr gut. Ähm, schon die Kanister einführen? Nee. Ich glaub, je mehr du Kanister drin hast, desto mehr kommen oder so. Ich würde jetzt einfach... Oh, ein Tank. Ah. Achso. Alice, verarzten kannst du? Nee, ich hab keinen Koffer. Achso, weiter. Ich bin mir gerettet. Aber dann verarzte ich dir grad. Achso, der A verarzte sich selber grad. Okay. Gut, dann weiter. Jetzt hier rauf die Treppe. Okay. Schnell. Ja, nicht so cool. Ja, das ist halt jetzt die nächste Wave, die jetzt kommt, ne? Lass uns erst ja die holen, ja. Die. Kommen die nicht hoch? Nimm du wieder einen. Ich hab einen! Ich hab einen! Doch, da sind sie. Ah. Mit dem sind sie. Jo. Und dann die hier drüben noch. Sind das dann alle? Was macht Alice denn da unten eigentlich? Mist macht er. Ablenkung. Ja, das sind dann... Also und hier kamen eben auch ganz viele irgendwie... Ja, sind die letzten. Okay. Oh, ein Schocki. Ah. Oh, scheiße. Geht's jetzt runter? Ja, ne? Fuck! Off! Shit, 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 shit. Ja, 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 ja. Ich hab auf den drauf geschossen. Der ist einfach nicht gestorben. Geht nie hier ab. Warum ist hier plötzlich ein Loch im Boden? War das nicht die ganze Zeit schon dort? Nein. Oder? Oh, da ist ein Boomer. Ach, im Sprung erwischt. So. Oh, 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 oh. Da klettert er hier gerade die Wand rauf, der ist bitter. Ja, diese Zungenviecher sind echt mies. Die Zungenviecher sind vor allen Dingen auf den übsten Range. Zack. Und jetzt die entferntesten Kanister anpacken und einfüllen. Die entferntesten erst. Gut. Dann geh ich jetzt halt noch da. Oh, fuck. Wir brauchen mal so Granatendinger. Wo sind denn die Kanister? Ach, hier. Oh, fuck. Ein Schocki. Oh, fuck. Shit, shit, shit. Schocki und ein Hunter. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, und ein Charger. Oh, fuck. Warum gibt's denn hier keine Granatenvorlagen? Granaten, jetzt liegen da keine. Weiß nicht, aber hier liegt auch noch ein Fenster, den wir wohl vergessen haben. Der weiße? Achtung, Tank. Wo ist er? Achtung. Oh, ich hab keine Munition mehr. Fuck. Da rennt der übste Neuerer, der Typ. Jetzt noch tot. Ja. Oh, es wird schnell eintanken. Ja, ich bring die anderen her. Ich heim' mich mal grad selber. Ja. Oh, scheiße. Wer ist da? Ja. Oh, Alice. Was? Alice. Oh, fuck. Scheiße. Oh, shit. Von wo denn? Hilfe. Von da oben irgendwo. Oh, es geht hier ab, jetzt wieder. Feuer? Wieso brennt hier alles? Ich hab keine Ahnung. Ich glaub, ich hab so ein Beinzinkanister zerschossen, oder? Ja, super. Jetzt gibt's nicht mehr. Nicht wirklich. Doch, die explodieren alle. Ja, nicht im Ernst. Doch. Oh, Kenny. Und jetzt? Ja, das war's denn jetzt, oder was? Oh, nee, jetzt spornen die wieder neu. Oh, fuck. Oh, wieso zerfießt du den denn? Wir waren so knapp dabei. Das war ja keine Absicht. Da waren so viele Fieser und ich musste die einfach irgendwie loswerden. Jetzt hat mich so ein scheiß Charger. Wie hab ich denn jetzt einen Charger getötet? Ja, witz. Ich frage mich, wie das passiert ist. Ja, keine Ahnung, ob ich das nochmal schaffe. Ja, jetzt haben wir überall wieder irgendwie ein paar Lungrum, paar, paar da. Umliegen, ja. Ich geh hoch. Ja, ich komm gleich mit hoch. Wir waren gut in der Zeit. Und wir waren, wir hatten alles. Scheiße. Vor allem explodieren die dann einer nach dem anderen da. Ich bringe halt alle runter, das ist gut. So, nehmen wir jetzt die hier. Oder wieder alles. Da ist nur einer, den kannst du holen. Ja, ich nenne da drüben die. Fuck. Tut mir leid. Was war denn das? Ist mir nur noch gefallen, abgerutscht oder so? Ich war schon da hinten bei dem Kanister und dann plötzlich war ich hier. Ach, vielleicht hatte ich irgendwas erwischt und hergezogen. So ein Smoker. Oh, da kommt irgendwas. Ach, Jockey. Ach, komm. Komm. Lass mal. Oh, shit. Oh, shit. Da kann man runterfallen. Okay, wir sind hier das Loch runtergefallen. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt noch schaffen, ehrlich. Nee. Ich glaube es auch nicht. Sollen wir uns sterben lassen und es dann noch machen? Ja, wird wahrscheinlich am besten sein. Na gut. Na, Nick hat mir geholfen. Dann probier's einfach, was soll's. Na gut. Oh, das ist gar nicht gut. Hier ist ein Tank, da wo der Kanister ist. Oh. Oh. Oh.